Gut, wir haben überlebt und es geht weiter. What the fuck, was ist das denn? Ach du Scheiße! Ist das dein Ernst? Was ist das? So, einen monischen guten Acken, meine lieben Freunde und willkommen zurück bei Elex. Hier mit neuem Outfit, wie man es schön bewundern kann, unseren Protagonisten, wie man das doch so schön sagt. Und wir begeben uns jetzt langsam auf den Weg raus aus Goliath und vielleicht auch für längere Zeit. Also ich habe nichts dagegen, mal ein bisschen was anderes zu sehen. Und ja, wir begeben uns nach Norden, ausgerüstet mit Bogen, Axt und genügend Heiltränken und unseren guten alten Duras im Rücken. Ich hoffe, wir überleben den, wir überleben diese Wanderung. Eine Buddel Wein für unterwegs, das ist immer gut. Und ja. Mir ist auch aufgefallen, dass es ziemlich oft regnet, wenn ich eine Folge beginne. Keine Ahnung, vielleicht hat das was Positives oder auch was Negatives. Wir werden es herausfinden. Stück für Stück, Puzzleteil für Puzzleteil, wie man doch so schön sagt. Sagt man das überhaupt so? Ich glaube nicht. Okay, jetzt mal eine Runde baden hier. Hier gibt es keine Fische oder so, gell? Nee, nicht, dass ich wüsste. Oh, man kann schwimmen! Cool. Ey, erschreckt mich doch nicht so, bist du behindert? Oh, da geht die ganz schön abendschwimmen. Ich lasse meinen Bogen lieber draußen. So, genau deswegen. Gut, das ist das Kleinvieh. Aber das macht ja bekanntlich auch Dreck. Auf geht's! Also das werde ich jetzt nicht extra noch plündern. Das müsste ich mal dem Duo... Ah, ich mach's jetzt trotzdem. Das müsste ich mal dem Duo das beibringen, dass der mal ein bisschen hier für mich die Vieh auseinander nimmt. Achtung! Also bis jetzt brauche ich drei gezielte Schüsse, um das Vieh auseinanderzunehmen. Mein Radar oben läuft immer noch rot, das heißt, hier sind ein Gegner in der Nähe. Ich hör's doch. Sehr schön. Sehr schön. Dora's. Mir hilft dir! Perfekt. Ah, ich depp. Ich hab grad überlegt, ich könnte eigentlich den Bogen drauf, das Mausradach legen. Und das ist ja schon vom Standard her genauso. Das Vieh mach ich platt! Komm schon, Dora's! Das Vieh mach ich platt! Boah, danke! Ah ne, das hat mich getroffen. Dora's, was ist los mit dir, Bruder? Das streiche ich dir vom Lohn! Da oben ist noch mehr. Durch den Fluss will ich jetzt halt auch nicht laufen. Kann der überhaupt sterben? Oh, da oben sind mehrere Feinde. Ha, ein Raptor! Nein! Boah! Dann helf mir mal! Komm schon! Ja! Hey! Ich sag euch, einen Schlag von dem Vieh! Ja gut, vielleicht wär ich sogar früher tot gewesen. Wer weiß das schon. Gut. Wir haben überlebt und es geht weiter. What? What the fuck? Was ist das denn? Ach du Scheiße! Ist das dein Ernst? Was ist das? Hä? Was? Der hat mich ja nicht mal angeguckt. Oh Leute, so werden wir mal aussehen. Aber hä? Wie Scheiße! Ey, dem müssen wir aus dem Weg gehen. Wir haben ja noch kein Problem. Du das. Du das! Du das! Nein, 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 nein! wer hat mir denn da schon wieder geschrieben shit was war das das ist da oben gewesen wo sind wir hier da müssen wir aber schon lang eigentlich ich renne an dem vieh einfach vorbei oder ist das überhaupt noch da ja da hinten mach guck dir das an sollten wir uns damit einmischen nein 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 du was kommt bekommt er auch ja der kommt verdammt was ist das ich helfe dir lauf 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 oh nee guckt euch das an nein du das lauf doch weiter dieser dumme egal jetzt wer wird schon kommen wo sind wir hier feindlich oder nicht ich weiß es nicht ich gehe da einfach rein jetzt sieht verlassen aus wir können doch nicht stehen bleiben wir werden immer noch verfolgt oh wir laufen noch in die falsche richtung merke ich gerade nee nee ist schon richtig äh scheiße lauf was war das das kenne ich nicht wow nee lauf das gut ist ja gespeichert schon mal das ist ein gutes zeichen sind wir jetzt endlich mal sicher ich glaub schon reicht's mir nein der schießt ja immer weiter der Depp kann mir ja gar nicht sicher sein das Fieber ist platt komm schon hier ist noch was wo du das stopp stopp oh oh verdammt man kann ja auch mal ein bisschen Schaden machen der war doch sonst immer so stark komm schon dann dreh dich zu ihm ja oh leute 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 hey hier geht's ja richtig ab nee das lassen wir jetzt erstmal alles so wow wie viele Pfeiler habe ich denn überhaupt noch nur noch 31 wie weit haben wir es noch oh mein Gott ich sehe jetzt schon wir werden später mit der Axt kämpfen müssen wo sind wir hier in der Wüste ne die sind doch viel zu stark alle das ist alles zu schwer hier will der mich verarschen hat der jetzt gerade Feuer gespeit ey ey das ist zu schwer ne das ist zu schwer leute das ist zu schwer könnt ihr knicken da kommen wir nicht hoch los jetzt zurück nach Goliath tut mir leid das ist zu krass da kommen wir nicht hin das ist einfach zu krass wir müssen schauen dass wir hier noch Aufträge annehmen und tut mir leid leute das ist zum Thema wir werden Goli eine Weile lang dich wiedersehen ok ja easy wenigstens haben wir ein bisschen Erfahrungspunkte geholt ne naja na gut ok oh mein Gott ok wo gehen wir den neuen Westen jetzt noch hin wer ist das denn Rüstungsschmied wieder weg von meiner Schmiede ich kann es nicht leiden wenn Leute meine Hämmer durcheinander bringen jeden Tag bearbeite ich das Metall um Waffen und Rüstungen für unsere Leute herzustellen wenn mir aber das Werkzeug fehlt wird es nichts mit der neuen Rüstung also ist man gut beraten mich nicht unnötig von der Arbeit abzuhalten wie kann man eine bessere Rüstung bei dir bekommen wann kann man eine bessere Rüstung bei dir bekommen ich bin nur befugt Rüstungen auszuhändigen um die man sich verdient gemacht hat einem Setzer ist demnach nicht gestattet die Rüstung eines Erzberserkers zu tragen wenn es also dein Ziel ist bis zum Erzberserker aufzusteigen dann tu etwas dafür zeig mir was du mir herstellen kannst zeig mir was du mir herstellen kannst ich kaufe dir auch etwas ab wenn du willst oh der hat ja schon noch ein bisschen was auch von den Waffen her eigentlich nicht so schlecht ähm zeig mal Schaden 28 39 ne wir wollen ja auf das Kriegsschwert auch zugehen Kriegsbogen Leute suchender Pfeil und Fächerschuss benötigt das Moment den schon mal kaufen ich kauf den schon mal ah ich kann den gar nicht kaufen ah ne der hat auch gar keinen guck hier vielleicht können wir dürfen wir den aber auch noch gar nicht kaufen Kriegsschild oh ein Kriegsschild Leute ja gut wenigstens wissen wir jetzt wo hier der Rüstungsschmied ist was haben wir denn dort das könnte der Waffenschmied sein hier du bist in Ordnung Waffenhändler zeig mir deine Ware zeig mir deine Ware verstanden wow Breitschwert ein Beil Breitschwert mein Gott Setzerbogen hier wer sagt's denn kann ich den nicht kaufen ah der kostet wie viel kostet der 625 muss man wissen was verkaufen hier ah ne ich hab ja einen Setzerbogen ach na gut meine alte Kapuze und ja ok wir müssen auf jeden Fall noch Sachen sammeln dass wir die verkaufen können unser Ruf muss aber auf jeden Fall auch noch hoch wen können wir denn da noch am besten fragen ah wir laufen in die falsche Richtung wen können wir noch fragen um unseren Ruf zu verbessern ich würde gerne ein paar Aufträge außerhalb der Stadt machen ich hätte diesen Auftrag mit dem blöden wo ich dem einiges vergammelte Brot gegeben hab nicht machen sollen der hat's mir echt versaut der Auftrag glaube ich zumindest wen können wir noch fragen schauen wir mal ein bisschen rum ah mit der Händlerin rede ich nochmal ich glaube mit der konnte ich sowieso nochmal reden die ist ja gerade hier mal gucken ob wir da noch irgendwas machen können ist die am Pennen? ja die ist am Pennen warum weckst du mich? bring mir etwas bei hier hast du du hast sicher noch Angebote die nichts kostet ah ne bring mir etwas bei bring mir etwas bei natürlich ja das ist alles für später hab ich das Gefühl das bringt mir jetzt noch gar nichts ich muss mehr Aufträge machen auf jeden Fall was ist das? wer ist das? aber der hat mich schon geredet ach ja genau der redet nicht mehr mit uns hier sind die Leute am Schlafen seltsam ach hier waren wir schon ja ist gut ich gehe raus sonst bringt die mich nur wieder um kriege ja bitte? nein gerade nicht naja natürlich nicht du bist nicht auf meiner Gästeliste ja tut mir leid äh wo war denn nochmal das ähm dieses Clan Gebäude ich guck mal hier unten du 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 ah ne ich dachte da kann ich was klauen jetzt weil gerade keiner da ist aber das ist was du bist doch der Kerl der schlechte Laune ach hör bloß auf manche Leute haben ganz klar ihre Aufgabe verfehlt jemand müsste diesen verbohrten Typen mal Verstand einhämmern wollen meine Splitter nicht aber im Vorfeld behaupten sie könnten alles beschaffen erzählen diese Laserwaffen ne ne lass mal ich muss eh weiter mir ist da gerade eine Idee gekommen nichts für ungut bis später was? ich hab gerade keine Zeit später vielleicht genau du hast also draußen etwas gefunden was du jetzt bei mir abgeben möchtest der hat seine Laserwaffen ach ich hatte es noch zwei hier der hier ähm wieso fragst du mich nach den Gesetzen wieso fragst du mich nach den Gesetzen naja du gehörst nicht zu uns und da überrascht es mich schon etwas dass du mit unseren Gesetzen vertraut bist pass auf ich muss dich um einen Gefallen bitten du als Außenstehender kannst mir da hoffentlich weiterhelfen ja sicher doch wo soll ich dir helfen wobei soll ich dir helfen ich glaube ich habe von hier oben jemanden unterhalb des Schlundes gesehen sah aus wie einer dieser verdammten Outlaws wenn es wirklich einer ist dann muss er verschwinden okay was genau soll ich machen was genau soll ich machen töte ihn am besten aus der Ferne ich bin mir sicher dass er etwas im Schild hat perfekter Auftrag für mich warum kümmerst du dich nicht selbst um ihn ich äh kann nicht ich darf hier nicht weg Angrim hat mich sowieso schon im Blick wenn er sieht wie ich mich nachts mit einem Outlaw vor der Stadt treffe dann bin ich tot oder werde in den Wald verbannt was ungefähr das gleiche bedeutet ich kümmere mich um den Outlaw ich kümmere mich um den Outlaw sehr gut ich hatte gehofft dass du das sagen würdest ich habe ihn direkt unterhalb des Schlundes dort wo wir unseren ganzen Metallschrott hinschmeißen gesehen also gut perfekt da gut ist gerade hier vorne finden wir hier im Schlund auch noch ein paar Sachen vielleicht ah cool werfen die einfach immer wieder neue Sachen hier rein frage ich mich das ist ziemlich alles noch von mir vom letzten Mal geblündet worden okay oh sind es die da unten im Wasser ja ich sehe sie da rumlaufen ja mit dem Duras könnte ich es schaffen ah ne da unten ist sie tatsächlich ich frage mich ob ich mit dem reden kann oder auch schon gerade auf den schießen kann der ist feindlich du Duras okay das reicht komm schon du hast der Pisser hat eine Armbrust das müssen früher friedliche Zeiten der hat einen vergifteten Pfeil oder so gehabt Bolzen habe ich bekommen und Elixit seine Armbrust kriege ich natürlich nicht jo das war es schon das war easy also easy der hätte nur zweimal treffen müssen und ich wäre tot gewesen aber okay da will ich hoch lad schnell auf so gut gut ah wir sind erst beim Schlund kann ich mich auch porten geht es schneller nee der ist gerade hier oben da komme ich aber nicht so einfach hoch Mann gleich haben wir es geschafft Leute gleich sind wir oben noch kurz Jetpack aufladen 3 2 1 los ja Leute ist gut also ich port mich reden wir doch mal mit dem da ist vasst låst 2 1 2 3 2 2 3 3 Vielen Dank.